Das ist natürlich die Kohlensäure, ne? Das ist natürlich immer gefährlich. Bist du wieder am Dampfen? Ich meine Inhalations... So, hallo, Leute! Hey, Leute! Wir sind hier und machen Teil 2. Wir gehen direkt in die Begrüßung rüber, denn heute haben wir wieder was vor uns. Ausgepackt haben wir ja schon, dann fangen wir heute nur mal an, ne? Ja, aber schaut gerne das andere Video. Das erste Video, schaut gerne das erste Video. Drei? Das erste Video. Das war so ein Gag, so, weißt du? Obwohl es da gar nicht ist eigentlich, ne? Ja. Also, wisst ihr Bescheid. Dann zählen wir runter. Drei, zwei, eins... Ja, du. Ach so, herzlich willkommen bei den Poker-Haus, dem besten Test-Kanal für Gaming-Booster. In Deutschland, weltweit. Nein, im deutschen Internet, weltweit. Aber das ist egal. Ach immer. Wir haben nicht getauscht. Das ist natürlich schwierig. Ich wollte mal, dass du auch mal darfst und so. Und das geht schon direkt schief. Funktioniert ja nicht. Ich kann nur meinen Part. Überhaupt nicht schlimm. Ich hab aber ein bisschen die Nase zu, aber das ist halt normal. Oh, das könnte ja bei einigen Sorten ein Vorteil sein. Deswegen hab ich das so gemacht. Und... Ja, falls ihr als erstes Video das gesehen habt, schau ich das doch jetzt nochmal an. Es ist wirklich ein Heglitz, dieses prallvolle Paket. Ey, und den gibt's immer noch, der ist noch nicht ausverkauft, ne? Ja. Und Pure Voice für nochmal 5% Rabatt. Extra Rabatt. Äh, dann kostet er, glaub ich, 86 Euro. Und, äh... Da kriegt er, glaub ich, noch bis zum 13.10. die Aktion. Ich glaub, der ist dann weiterhin noch bestellbar. Dann kostet er, glaub ich, 140 Euro. Ist natürlich dann, äh... Ja, teuer, teuer, ne? Teuer, teuer. Ist ja, ne? Schnell zuschlagen. Ja, jetzt aber auch. Ja, im letzten Video haben wir ja schon alles ausgepackt. Genau. Die ganzen Goodies und auch alle Sorten schon aus den Türchen raus. Ja, auch mit der Extrasorte. Die übrigens, äh, goldig hier. Die ist echt lecker und da hab ich auch schon einige, äh, Specs gelesen bei uns im Discord. Specs? Genau, die fand die auch, äh, durchgehend lecker, die Sorte. Deswegen, also das ist wirklich mal eine richtig schöne Sorte wieder von Level Up. Von dem her allein deswegen lohnt sich das schon, plus die ganzen anderen Sachen, die dabei sind. Ja, vier bekannte Proben und 20 neu. Ich glaub, sechs oder sieben hatten wir im letzten Video schon getestet. Ja. Jetzt machen wir nochmal sechs und sieben, äh, so um den Dreh. Da kommt auch nochmal ein dritter Teil. Auch noch? Ja. Muss den Karton noch hier behalten, so lange. Ah, okay, ja gut. Du, wir können auch zwölf Stück jetzt testen, mir egal. Ja, nee, 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 nee. So, äh, lasst uns mal schauen, was wir hier in der schönen Giste haben. Mhm. Ah, das sind nämlich doch die Proben alle vom letzten Mal. Habe ich noch einige... Ja, liebe Leute noch draußen, ich habe einen tollen Kommentar gelesen, warum Level Up jetzt das Typen-Design nach macht von einer anderen Firma. Das Prinzip Probe in der Tüte ist nichts Neues. Nee, äh, also... Da gibt's auch kein, äh, Patent drauf, ne? Also... Naja, so. Ah, das war schon noch ein paar... Pinbeere, Drachenfrucht. Fruchtpunt. Blaubeere, Traube auf jeden Fall. Blaubeere, Traube. Kirsche, Cola auch. Kirsche, Cola. Rutbier. Ja, Rutbier auch. Schokolade, Vanille. Boah. Ja. Ah, hier machen wir mal die Milch. Hat mich noch eine Banane. Hat ja wieder einer drunter geschrieben. Ja? Ja, mit Milch schmeckt das bestimmt leckerer. Und dann habe ich wieder, habe ich auch kommentiert, also schwer drauf, mit Wasser mixen, nicht mit Milch. Also immer diese Scheiße, ne? Ja. Dann solltest du draufschreiben, wenn es mit Milch leckerer ist. Machen sie aber nicht. Ja, dann ist das ja wohl auch nicht so, ne? So, dann haben wir die für's schon mal, ne? Gar keine Banane, ne? Gar keine Banane. Ja. Also die Shiny Fox brauchen wir ja nicht, die hatten wir schon. Galaxi. Da brauchen wir auch nicht. Okuri brauchen wir auch nicht. So, dann haben wir hier z.B. noch Apfel, Zimt, Mandarine, Vanille, würde mich interessieren. Und... Maracuja, Brombeere? Maracuja, ne? Maracuja, Brombeere. Maracuja, Brombeere. Oder den Cybermonkey, weil da wissen wir auch nicht. Ja, das ist eine Banane auch. Das war doch Bananengeschmack auch. Ist der auch? Blaubeere, Banane. Ja, da haben wir unser Kandidat. So, dann haben wir erstmal unsere hier, ne? Eins, zwei, warte, zwei, fünf. Die Schokovanille brauchst du nicht immer weglegen. Ach, scheiße. Dann fällt ja nicht auf. Bei den ganzen... So, die nächsten machen wir dann im nächsten Video. Waldmeister hatten wir auch schon mal in der Sorte. Pfefferminz ist dann noch bei, ja. Pfefferminz, ja, das kann man noch. Und die Fruchtpunsch, das ist ja... Ich glaube, die dritte Folge, die wird sehr human. Also da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Jetzt wird's nochmal ekelhaft. So. Was machen wir denn? Stimmst du zum Schluss oder zum Anfang? Ja, ich würde das nicht direkt zum Anfang machen. Lass uns doch mal mit der Blaubeere-Traube an. Oh, das hört sich ja richtig gut an, ne? Blaubeere-Traube klingt doch nach waschen. Wir haben sehr viele Shakers. Hier auch wieder der Cyberpunk-Level-Up-Shaker, der so aussieht wie der von... Ich glaube, da ist eigentlich ein anderer Deckel noch drauf, aber das ist in unserer Grabbelkiste da... Wir haben das alles in so einer Kiste drin. Wir gucken da auch nicht mehr nach, weißt du? Hey, hey. Lass dein Eis leicht raus, ne? Weil sonst... Naja. Ich hab sogar zwei Beutel heute, ne? Zwei? Was? Beutel. Du hast zwei Beutel heute mit dabei? Klar. Also viel Eis, ne? Ja, klar. Wie machst du das denn immer? Eistruhe, ne? Machst du das immer raus? Ja, klar. Eistruhe. Aber ach so, machst du richtig Aufwand? Ja, natürlich. Für den kann ich ja alles nicht. So ein Eiswürfel... Weil das für Wasserkosten sind. Die müssen ja eigentlich in Rechnung stellen. Eigentlich brauchst du so einen Eis-Wasser-Beutel. Du liest ja nicht so einen riesen Kühlschrank, wo du einfach die Eiswürfel zapfen kannst. Ja, warum eigentlich nicht? Da hat kein Platz früher. Blaubeere Traube bei uns. Ja, so. Liebe Leute, Blaubeere Traube, es geht los. Der Adventskalender, es ist ein Potpourri der guten Laune. Also langsam kommt auch bei Weihnachtsstimmung jetzt so am 6. Oktober aus zu haben oder 5. Oktober. Ja, also langsam ist es los. Da ist natürlich spekular zu stehen überall drinnen in den Supermärkten. Es wird gemütlich, es ist kalt. Es wird schnell dunkel. Das finde ich besonders gut. Das ist für mich Weihnachten. Ja. Ist einfach so, ist einfach so. Das gehört dazu. Ach so, ich habe noch die Untersetzer hier natürlich. Damit wir das nicht verpassen. Und zwei Gläschen Frisch. Frisch. So. Ja wunderbar, ich freue mich. Aber heute war Wetter gut, ne? War toll so, ne? Toll. Ecke, was hast du denn heute gemacht? Erzähl mal. Ecke geschnitten. Ecke? Ja, macht richtig viel Spaß. Durft man jetzt überhaupt noch? Vom Nachbarn, das weiß der nicht. Vom Nachbarn, da wächst der Wein. Der hat so ein Weindrebe. Und das wächst durch die ganze Hecke durch. Das heißt, wir sind drei Stunden beschäftigt, diesen scheiß Wein aus der Hecke rauszuzählen. Wo ich eigentlich schon überlegt habe, ich müsste doch den Nachbarn machen. Da müsste man eigentlich mal so ein ... Und zum Ordnungsamt. Da war so ein, ich sag mal, bei der Straßenaufsicht. Ja, ja. Gibt's ja im Dorf noch sowas, ne? Ja, da gibt's da so einen Streitschlichter. Dann gucken wir mal. So. Nachhaltigkeitsmanager, ne. Nachhaltigkeitsmanager, natürlich. Oh, guck mal, das ist doch eine schöne Farbe, ne? Ich hab gar nicht so richtig auf die Militär was zu passen. Blaubeere Traube. Da hab ich mir mal gespannt, ne? Da bin ich auch gespannt. Blaubeere Traube. Also nicht. Prost. Wurde schon probieren. Oh, geht aber. Ja, nicht irgendwas. Aber ich weiß nicht was. Einen eigenartigen Geschmack kann man auch sagen, aber ... Beißt sich so ein bisschen komisch, ne? Irgendwas passt da nicht. Es war hier nicht Blue Crush auch mal Himbeere. Blaubeere ist es halt, ne? Meines war auch immer Blaubeere. Blue Crush. Aber da ist noch so was eigenes drin. Das soll wahrscheinlich die Traube sein. Also ich muss sagen, von den Traubensorten bin ich bisher ein Turt. Die catchen mich alle nicht leider. Obwohl das ja eigentlich genau das ist, was ich wollte, ne? So Medi-Core wieder, ne? Die Richtung. Feier nach unten. Ja, war ganz schön. Also Blaubeere Traube. Nee. Kann man trinken so? Ist nicht so was wie Bananen-Zeug. Aber richtig lecker. Ich frag mich ja eigentlich auch nochmal, weil wir abschicken hier nochmal einen Fragebogen raus oder so danach. Welche von den 20 Sorten findet ihr gut? Ja, bitte nicht. Ich weiß nicht genau, was kommt. Wir sind doch irgendwie Beta-Tester. So Schokolade-Vanille. Ja. Bei den ganzen Notzern, bei den Normalleuten. Ja, ja. Oh, ey, voll geil. Das ist gut geschmeckt so. Das ist ein bisschen mit Müllermilch gemixt. Mit Müllermilch? Ja, das ist nicht so was. Also sag ich leider, wie es ist. Das ist leider nicht so meins. Nee. Ich hab gelesen bei irgendeinem Kommentar, war es bei TikTok oder bei Instagram. Richtig lecker, Kirsch-Cola, das muss als Sorte kommen. Ja, richtig lecker. Hab ich wirklich gelesen. Hast du wirklich gelesen? Ja, ey, dann. Kirsch-Cola. Ich bin echt gespannt so, ne? Sherry-Coke. Das ist schon mega lecker. Das sag ich dir. Das ist brutal lecker gleich. Sag mal, damals bei einem Konkurrenz... Ja, wir haben nur 500 Milliliter. Grenzprodukt. Konkurrenzprodukt hab ich mir jetzt immer gerne zusammengemischt. Die Cola und die Kirsche. Ich war da noch nie so Fan von. Aber mittlerweile bin ich so... Der Cola-Geschmack mag ich gar nicht mehr so einen Boostern. Ich mag nur Sherry Coke von Coca-Cola. Ja. Das mag ich. Das mag ich auch, ja. Naja, mal gucken. Oder die von Dr. Pepper. Die schmeckt auch ganz gut. Dr. Pepper so gut. Aber nicht in Deutschland. Wo ich da in Japan war, die hat ganz anders geschmeckt. Hatten sie da nicht drei Tonnen Zucker und Süße? Da war noch mehr Zucker wahrscheinlich drin. Oder so. Aber da hab ich mir den in Deutschland... Boah, der hat ja voll geil geschmeckt. Mal letztens. Ne. Also weiß ich auch wieder, warum ich den hier nicht gekauft hab. Dr. Pepper. Glaubst du nicht manchmal nur daran, dass das anders vom Rezept ist? Oder ist das wegen dieser Luftumgebung oder so eine Scheiße? Bestimmt, weil in einer Abfüllanlage anderes Wasser... Chlor versorgt ist da. Ja, ja. Da hab ich in den Beruf so Popf gehört. Mit den deutschen Abwasser und Kläranlagen. Übrigens, falls du Finanztipps brauchst auch. Absolut. Aber schau dir da nochmal... Ja, musst du aufpassen. Wer ist nochmal... Der ist auch nicht ganz koscher, wie er mit der Ukraine da ablief. Hopf ist der mit der Glatze, ne? Hoss. Hoss. Hosshoff. Hosshoff. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da hat er erzählt. In Deutschland hat er nur noch so viele Leute um sich rum, wenn er rausgeht. Weil er hat auch Angst, entführt zu werden in Deutschland. Und da sind auch welche dabei. Die haben schon getötet. Da hab ich mir so gedacht, Alter, dich erkennt in Deutschland gar keiner auf der Straße. Aber wenn du noch ein paar Finanzidee brauchst, hab ich da auch noch was. Ja. Und dann mit dem Leitungswasser. Kriegst du noch? Ja. Selber schuld. Würde ich dir da direkt sein lassen. Da sind nämlich die Hormone drin, volle Östrogenen und alles. Und volle Chemotherapien, hat er gesagt. Von den Chemotherapien. Das wird gar nicht ausgeklärt in der Kläranlage. Das war alles rein, ne? Ist alles drin. In dem Leitungswasser. Plus Corona-Impfung. Ja, auch. Impfmittel. Und wenn du wissen willst, wie jetzt mit den Bitcoins richtig gemacht wird, dann kannst du in die nächste Folge rein. Ja, aber die sind wieder da, ne? Die hatten ja Shitstorm da. Ich weiß gar nicht mehr. Die waren gesperrt, ne? So war das. Wo denn gesperrt? TikTok. Ja, aber die Videos gingen ja trotzdem da weiter. Also, das sind halt so Leute, die erzählen halt so Zeug, ne? Also, das ist... Könnte man ja auch machen, ne? Gibt's nicht nur in den USA. Da würde ich sowieso noch ein paar Sachen in Frage stellen. Ja, ja. Überhaupt. Mal ein bisschen logisch hinterdenken. Ja. Einfach mal selbst denken, ne? Ja. Oder hier wie der Bravik in der deutschen Pressekonferenz, Bundespressekonferenz von Nachdenkseiten. Früher mal RT Deutsch. Ach so. Weißt du? Wer stellt die richtigen Fragen? Wer stellt die richtigen Fragen? Der kenn ich noch gar nicht. Das ist immer nur die Fragen von Thio Jung. Der Bravik heißt der. Von Nachdenkseiten. Ja. Da muss man auch ein bisschen, ne? Hier. Ja, ja. Was testen wir überhaupt hier? Kirsch Cola? Kirsch Cola, die so aussieht. Hätte ich nie gedacht. Pinke Kirsch Cola. Deshalb hab ich das auch vergessen, was das jetzt sein soll. Ich dachte, wieder Marshmallow oder was? Prost. Hattest du jetzt auch schlimmer erwartet? Das ist halt mehr Kirsche mit dem Cola-Geschmack aus diesem Wassereis-Cola. Ja. Ist okay. Andererseits, wenn das jetzt wieder... Wir haben ja vor ein paar Monaten auch mal die normale Cola-Sorte getestet. Sag auf, ich brauche Wasser aus, die Farbe wieder. Ja, ja. Welches ist dann so pink noch besser? Ist okay. Ja. Ich geh aber nicht davon weg, dass ich den nachgebauten Cola-Geschmack in Pulverform nicht... Und der überhaupt kann eigentlich Kirsche. Das hatten wir letztes Mal auch mit Apfelkirsche. Ja. Macht einfach nur die Kirsche. Kirsch. Kirsch. Doppelkirsch. Kirsche aus Pyrmont. Oh ja. Schon dein Bauchnabel ist er, ne? Legst du hier drauf. Kirsche aus Pyrmont. Im Moncherie. Fertig. So, weg hier. So, weg hier. Schmack. Keine Zeit. So. Also Mandarinenchen. Marvin. Mandarine, Vanille, da hätte ich auch Lust drauf. Gib mir mal einen Schaker rüber. Und dann machen wir das. Mandarine, Vanille, könnte ich mir vorstellen, wirklich wie so... Ja, weiß ich nicht. Alles, ne? Vanilletchen. Vanilletchen. Großer Vanilletchen. 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 Ist ja nicht falsch. Was ist schon falsch heutzutage? Ach, stimmt. Man darf ja nicht. Super. Da gibt's auch wieder keinen Gewinner. Da gibt's ja nur Überlebende wieder. Wenn Überlebender ist. Das hat Amazon bestimmt so gesagt. Ja. Weil sonst ist das... War auch zu uninteressant mit den Challenges und so, ne? Weil wahrscheinlich wird ein Mann gewinnen. Ja, ja. Und das ist schon schwierig, ne? Ja, ja. Und beim nächsten Podcast könnt ihr euch alle reviewen. Amazon... Ah, die Selfie Sandra, die ist so lustig, ne? Die wer? Die Selfie Sandra. Wer ist Selfie Sandra? Ja, die... Die ohne Gewichtsangabe. Ja, die ohne Gewichtsangabe. Ach so. Die menschliche Tonne. Ja. Der laufende Kubik. Darf man das? Darf man das? Wir haben ja selber ein bisschen Übergewicht. Also dürfen wir das ja auch mal machen. Also bitte. Ich bin doch selbst betroffener Minderheit. Genau. Und für euch ganzen Sporties dort draußen. Ihr könnt mich alle am Arsch stellen. Gibt mich so auf den Sack. Für euch wird nämlich die ganze Mode gemacht. Ja. Und Adele hat die Dicken verraten. Ja, stimmt. Wie heißt die Abnehmenspritzchen nochmal? Äh, Ozenpick da. Ozenpick da. Ozenpick da. Was alle jetzt nehmen, ne? Ja, ey, ey, ey. Hab ich auch schon überlegt. Ein bisschen noch zu teuer. Wird noch zwei Jahre warten. Spritz ich mal alles rein. Ja, ja. Ist doch egal, ob das Fleisch mit dem ganzen Antibiotikum... Hab ich auch gesehen. Brauchst du euch Ozenpick? Stimmt. Wer denn zu unserem Podcast? Eigentlich muss ich was machen. Aber das kostet doch 75 Euro pro Folge, ne? Ja, natürlich. Für die Finanz-Tipps. Ja. Sehr jung sonst. Ja, für wen? So. Heute ist sie richtig Marathon. Mandarine-Vanilie. Kannst du dich auch so eine Krypto-App entwickeln für uns? Ja, ein bisschen Krypto. Pulvercoin. Pulvercoin. Aber Mandarine ist auch schon eigentlich nichts für mich. Bin ehrlich, ne? Magst du keine Mandarinen so zum Schälen und so? Das liebe ich ja im Winter. Oh, Weihnachtszeit, Mandarinen und dann schön... Oh, das riecht ja... Fruchtisch. Oh, das riecht schon nach Mandarinen. Ja. Das riecht immer komisch raus. Aber die Vanille. Vanille, ja. Oh, ist das ekelhaft. Der Nachgeschmack ist ja furchtbar. Ich finde es nicht ganz so schlimm, glaube ich, wie du, aber... Oh, ja. Oh, nee. So ein Gläschen reicht, ne? Sag ich mal. Boah, aber fully. Dann doch lieber die Mandarinen zum Schälen, ne? Also ihr habt ja eine ganz, ganz künstliche Mandarine. Ja. Mit einer viel zu stark, starken Billow-Vanille. Ja. Das ist nicht dieser Vanille-Nachgeschmack wie bei Vanilla Coke oder so, dieser Dings. Sondern das ist so anders nochmal. Wie so, so komischer Vanillesirup. Mhm. Den ist manchmal für so, äh... Es gibt... Sprichlos. Kennst du das manchmal, diese, diese... So, so, so... Waifu-mäßig, aber wo du dann so, so Pulver und so ein Sirup einmal in dein Quark packst. So eine Scheiße. So vanillig schmeckt das. Das ist alles scheiße. Ich glaube, das spricht auch keine große Masse an, ne? Mandarinen, äh, Vanille. Bitte nicht. Hätte cooler sein. So, das lässt uns noch ein bisschen... Hätte ich noch mal ganz kurz dazu. Lieber pure Mandarine, die auch noch eine Mandarine schmeckt, mit sauer. Wäre zum Beispiel für, äh, als Hanschellefe als Halloween-Kürbis eine Halloween-Mandarine, hätte ich lustiger gefunden. Kürbissuppe als nächster Geschmack. Oh, bald kommen ja noch die Halloween-Sorten, ne? Oh, ja, stimmt, ne? Oh. Ist doch bald wieder. Ja. Diesmal verkleinert bei uns aber, ne? Bisschen? Ja. Wie auf Arte irgendwie, äh, die, äh, die Azteken. Wie, äh, Pompeys Fall. Interessiert auch keinen. Ja. Hier, das ist wichtig. Ich will natürlich noch mal nachgucken. Was denn? Mit Rotbier. Was ist das noch mal genau? Wird das auch in der NFL getrunken? Und was sagt Taylor Swift dazu? Äh, hab ich auch alle NFL-Seiten und so alles deabonniert. Äh, jetzt oft in Social Shits, äh. Weil jederzeit brauchst du nur noch einen Taylor. Okay, äh, Travis Kelcher geht. Dann aber ist ja angeblich Krisen alles, ne? Ist Krisen. Die sollen doch theoretisch gar nicht zusammen sein. Ja. Oh Gott, oh Gott, was ist das? Manche nennen es Kräuterbier. Man kann das Geschmack nicht weder mit dem deutschen Malz-Bier vergleichen, noch kann man es als typische Limonade. Ja, toll. Was ist es dann? Was sagst du in Wikipedia? Das riecht wie Medizin. Ja, das kommt vor allem aus dem französischsprachigen Teil von Kanada, ne? Ja, aus dem Fall von Kanada, oder? Das Ahornbier, oder was? Oh, das gibt's auch als Float, ne? So als, äh, Dessert mit Eis drin. Ich hab das, glaub ich, einmal auch nur getrunken. Wo so diese Magic Machines, weil's ja auch, ne? Äh, bei, bei Fastenketten, wo wir noch neu waren, bei Five Guys in London. Da hab ich das, glaub ich, einmal probiert, äh, Blutbier. Das gab's nämlich da auch, äh, dran. Die sollten einfach mal Almdudler als Pulver bringen. Ja, stimmt, das ist eigentlich so cool. Hab ich auch schon lange nicht mal getrunken, Almdudler. Gibt's jetzt so ne Alk-Variante? Äh, ne, Kronbacher Almdudler gibt's. Da gab's noch irgendwas. Schon vorgemix, das lässt du dich auch immer gern probieren. Da gab's noch irgendwas. Bier-Test machen jetzt noch. Bier-Test? Aber nur einen Schluck, wenn du noch nachfährst. Whisky-Test. Ja, Whisky-Test. Na gut, der gibt's einfach schon zugute, ne? Whisky. Götterfunken. 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 Mit den Geschichten, die die Medien auch immer gern verschweigen. Ja, okay, mal 45 Minuten ne Folge, ne? Ja, ja, aber das ist immer sehr informativ. Boah. Boah, der sieht schon lecker aus. Boah, der sieht lecker aus. Das ist so ne Cola, ne? Die riech gar nix, ne? Ja, das riecht jetzt noch nicht schlimm, sag ich. Noch nicht schlimm. Ja, dann Prost, ne? Prost. Rotbier. Rotbier. Ach, glaub ich, das kommt zwar dem Rotbier relativ nah. Aber es ist auch, um Rotbier, das kennt auch keiner in Deutschland. Das würd sich niemals verkaufen, Rotbier. Weißt du, wie das schmeckt? Ja, bitte. Erklär es mir ausführlich. Ricola als Getränk. Wie Ricola Lutschbonbon als Getränk. Bisschen, das ist wie so ein Kräuterbier, ne? Ich finde das unglaublich ekelhaft. Das ist richtig eklig. Das macht dich gesund. Das macht dich aber gesund. Das macht mich gesund, das macht mich krank. Da hat man gerade den Maggen danach ausprobiert. Das macht dich gesund, wie den Kräutern. Ist das echt... Nase zu und runter. Das ist so ekelhaft. Lakritz Ricola. Ey, Lakritz war nicht so schlimm. Oder wenn ihr mal so einen Apfelsaft so zu lange stehen lasst. Oder so eine warme Cola zu. Süßholzwurzel. Das ist richtig eklig. Julia Ruhbier aus Wurzelbier. Das hält sich in Deutschland durch. Das ist eine Vergewaltigung. Das ist natürlich so... Da muss ich auch sagen, es ist dann so hier, Vorlieferant, was habt ihr noch versorten? Schickt mal rüber. Machen wir einen Kalender rein. Macht mal einfach duft, Kerl. Aber hey, hast du das coole Video gesehen von Leverab? Bei Instagram? Nee. Wo sie aus dem Lager, haben sie gezeigt, wie sie den gepackt haben, alle. Ja? Alle? Ja, alle. Ist auf allen. Der hat ja gefehlt in dem Video. Wahrscheinlich Rücken gehabt, ne? Das wollte ich eigentlich auch noch mal in der Gruppe fragen. Dr. Hawaii, oder was? Ja, ja. Wahrscheinlich Rücken, ne? Hat gefehlt, ja. Und zwar waren alle da. Auch hier im Mucci. Auch hier, ja, ja, ja. Lukitalo da. Ja, ja, genau. Luca Toni. Luca Toni, ja. Luca Toni, Luca Talo und Federini. Federini, das ist doch alles so gleich. Ich dachte aber, schaut das gerne mal euch an bei Instagram. Da sieht man ja wirklich, wie das dann alle Sorten per Hand reinpacken. Ich dachte, das ist dann halt vom Preis her auch, dann schlägt sich das dann wie wieder nieder. Ja, ja, Rotbier, wie gesagt, schmeckt gleich ja nicht. Aber jetzt kommen wir erst die leckeren Sorten. Also das war wirklich jetzt schon wirklich so Schmerz. Also wenn das eine einzelne Sorte wäre, wir würden die jetzt bewerten, richtig. Ich würde jetzt richtig abgehen, ne? Ja. Ich würde jetzt richtig, ich würde den Schwanz einmal rausholen und alles kaputt schlagen damit. Den machen wir jetzt Cyber Monkey oder Schokolade Vanille? Cyber Monkey, bitte. Wir machen jetzt den Cyber Monkey, weil das bestimmt richtig klasse. Und da ist ein Design drauf, der kommt. Der ist schon fertig. Der kommt dann nächstes Jahr irgendwie im Januar, oder? Ich glaube, dieses Jahr kommt der nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt zur Black Creek kommt oder so. Ah, das kann aber sein. Das ist aber immer so dunkle Beeren, Black Creek. Oh, lecker. Hm, hab ich doch mal nach Karurubi. Ey, sag mal, jetzt wird nicht besser. Großfinal kommt gleich. Mit der Schokovanille? Mhm. Oh mein Gott. Oh, ein Glas muss ich gleich zwei benutzen? Nicht schlecht. Oh Gott. Was heißt, dann müssen wir das jetzt austrinken, Marc? Müssen wir? Ja. Ich habe meine Kommentare, habt ihr eure... Adventskalender erstmal, danke für die zahlreichen Bestellungen schon, äh, den schon ausgepackt? Oder warten die wirklich noch bis Dezember? Ich glaube, dafür packen die Leute das. Ja, ich glaube schon, ja. Das ist echt... Wenn es sich jetzt erstmal so rumspricht, der ist gut, ne? So Kuru, der sieht auch echt schön aus, so. Guck mal, der sieht ja gar nicht aus wie Bananen. Der ist doch blau... Weiß nicht, Blaubeere-Banane? Ja, Blaubeere. Das ist ja erstmal gar nicht zu erkennen. Dann ist doch schon mal... Boah, der riecht ja auch schon an Banane. Dann ist doch schon wieder so ein Geschlichener, weißt du? Dann ist doch schon wieder so ein Undercover-Agent, der dir... ...hintenrum wieder... ...ins Herz sticht. Na, so zittrigen. Mehr Blaubeere. Ja. Banane ganz leicht. Ist nicht ganz so eklig wie der... Was war das in der letzten Folge? Banane-Schoko. Banane-Schoko. Oder was das war. Der war richtig ekelhaft. Hier ist die Banane auch. Aber... Haben wir eigentlich damals Kiba getestet? Ja. Ist gar nicht mehr. Du hast ein Video, wo wir 30 Dosen bestellen. Oder meinst du das Video von dem rothaarigen... ...crasy-Monkey? Der hat sich 30 Dosen mit Crazy Monkey bestellt. Nur als Crazy Monkey. Also Cyber Monkey... ...ich mag diese Banane nicht. Nee. Also es ist besser als Kiba. Ja. Aber es ist trotzdem immer noch... Banane. Immer noch Abfall, den du dir irgendwie in die Küche stellst. Bisschen besser auf jeden Fall als Rotbier. Ja, Rotbier ist absoluter Müll. Das ist keine Müllverbrennungsanlage. Das ist doch so eine Scheiße. Also das schenkst du Freunden, die du nicht magst. Also das ist... Wie wird sowas eigentlich entsorgt? Das? Ich meine Inhalte. Wie entsorgt? Du trinkst du? Der läuft ja jetzt... Was ist denn der Kläranlage? Stimmt, ja. Jetzt bin ich auch mal so aufgeputscht. War ja doch wie Koffie drin. Und Pluton. Ja, also Cyber Monkey ist jetzt wirklich nicht meins. Jetzt kommen wir aber zum goldenen Schluss. Geh mal über den Becher. Ach so. Das ist alles egal. Das war so schön, ne? Ja, das sieht man so toll. Klasse. Gib mal den Silber in den Deckel. Da ist der Rotbiergeschmack drin. Super. So. Das sieht ja auch schon wieder aus, alles. Wie bei Dings... Ohne Eis kann ich nicht laufen. Wie ist das nochmal bei Himmels unterm Sofa? Ja, Hotentotten. 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 So. Hilfe. Da habe ich jetzt richtig Lust drauf. 500 Milliliter Wasser, pures Glück. Ah, ehrlich. Ich glaube, da haben wir uns letztes Mal schon die guten Sorten rausgesucht. Die besseren, meinst du? Die besseren. Musst du wissen. Also bisher war hier noch kein Bang-A-Wai. Besser ein Flachwitz-Show hier und... Oh, der riecht aber Schokolade. Ja, der riecht aber lecker. Mit Milch ist das ein bisschen besser. So mit Hafermilch. Oder steht da... Kokosmilch. Warte, warte, ich guck mal kurz. Nicht, dass da steht, mit 500 Gramm... Äh, mit Wasser mischen. Ja. Das könnte eine Kakaosorte sein. Aber wir sollten es mit Wasser mischen. Also machen wir das. Das flockt ja. Flockt. Das ist auch da oben, das bleibt da auch. Wie so Erde. Da musst du auch nicht schiefen Vanille reinmachen. Das verhält sich auch wie Kakao. Das mischt sich gar nicht. Ist bestimmt... Ich sage mir 100% nicht. Das soll man eigentlich mit Milch trinken. Ja, es wird so sein. Aber wir machen das nach Packungsanweisung. Ja, aber warum kann man das nicht mal draufschreiben? Das geht nicht. So Maschinen kann das nicht. Das hätten wir uns eigentlich händisch nochmal durchstreichen müssen. Und Wasser. Und immer Milch draufschreiben. Ja, aber die haben doch alles in der Hand. Mh, Mann aus. Das sieht es wirklich... Es ist schon wieder... Es ist so Zeit, ne? Das ist die schönste Zeit im Jahr, die Kalenderzeit. Advent-Kalenderzeit ist für mich wirklich körperlich... Also körperlich absolut Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Ah, mh. Oh. Lass erstmal nur so ein bisschen. Oh, das triecht aber. Geruch ist okay. Schokolade halt, ne? Das ist quasi wie so ein Dubai-Schokolade eingeschmolzen. Du musst einfach an was anderes denken. Ich kann das nicht trinken. Also es ist nicht so eklig wie Schokobanane. Ja, aber also wenn ich diese Schokodings habe... ...in so einer flüssigen Form. Das finde ich so eklig. Auf der Zunge und im Mund. Ja, vor allem so komplett flüssig, ne? So dickflüssig. Und warm wäre und lecker. Das ist wirklich so... So als Schokolade, ne? Aber dann ist so... Das kann auch keiner... Also ich schmecke die Schokolade mehr als die Vanille. Aber weil das so flüssig ist... Ja, das... Das tut mir weh im Magen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Da sitzt du, weißt du, da willst du abends zocken. Machst du ja vorher noch schön Level-Up fertig. Dann trinkst du doch nicht Schoko-Vanille. Schoko-Vanille. Da musst du Milch machen. Mit Milch. Milch. Und Eis. Und noch... Thermomix. Thermomix. Was denn? So ein McFlurry-Watze. Ja, dann schmeck's lecker. Ja, dann... McFlurry. Ah, ja, das war nix. So ein McSandy, ne? Ne. Also die Proben waren auch alle... Alle Kacke. Ja. Ich glaube, alle Kacke... Kirschkohle war noch... Okay. Okayisch, ne? Aber... Blaubeere-Traube, große Enttäuschung. Weißen, vom Geschmack her trinkbar, aber... Die Traumfläber haben sie noch nicht so drauf. Und Schoko-Vanille, Cyber-Monkey, Root-Bier, alles, alles... Ja. Alles, komm. Aber wir haben ja für die nächste Folge noch ein paar Sorten. Da haben wir noch was. Solche tollen Sachen wie Fruchtponig. Ach, der ist aber nochmal interessant. Maracuja-Bromi-Himbeere-Drachenfrucht. Ich glaube, da könnten gute Beine sein. Pfefferminze sowieso. Mango-Zitrone. Mango-Orange. So. Und Apfelzimt. Ach, den müssen wir aber warten. Der hat auch schon Design. Ne, hat er nicht. Für Stylers, ne? Ach so. Für Stylers. Für Stylers, ne? Vielleicht jetzt mal zu Call-of-Duty-Gamer-Level-Up-Edition. Ja, klar. Wie vor zwei Jahren. Was könnte das für King-Phil denn sein? Pfefferminz, ne? Pfefferminz, ja. Für den guten Atem. Ah, nee. Ja, okay. Cool. Ja, wie gesagt, Teil 2. Nächsten Folge kommen die letzten... Ja. Sieben Folgen, äh... Letzte sieben Folgen. Sieben Folgen. Wir machen 31 Videos. 31 Videos. Hast du ein bisschen was zum Schneiden? Warte mal. Ne, wie gesagt, trotzdem im Kalender finde ich immer noch gute Sache. Vielleicht bestellt ihr noch, solange noch verfügbar ist, Code Powerboys, für den Rabatt. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare. Habt ihr schon was getestet und was schmeckt euch und was nicht? Und ja, wir würden uns über Daumen nach oben freuen. Abo nicht vergessen, es ist kostenlos und schmeckt. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Und wieder schauen und reinhauen! Bis da. Ambat ho seid! Bis da. Bis da. Bis da. Bis da. Bis da.